Einige Stars wollen die Grenzen dessen, was als akzeptabel gilt, sprengen. Eine davon ist Florence Pugh. Der Oppenheimer Star sprach kürzlich über das Tragen von aussagekräftigen Looks und darüber, wie es ihr geholfen hat, ihren Körper auf eine ganz neue Art und Weise zu akzeptieren. Zu wissen, wer ich bin und wer ich von Anfang an war, hat mir ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Selbst bei meinem Stil wollte ich nie, dass es einen Filter gibt. Und wenn sie es wagt, ein wenig Haut zu zeigen, dann hat sie festgestellt, dass das für Aufregung sorgt. Sie fuhr fort. Meine Nippel waren durch ein Stück Stoff zu sehen und das hat die Leute wirklich aufgeregt. Es ist die Freiheit, vor der die Leute Angst haben. Die Tatsache, dass ich mich wohlfühle und glücklich bin. Florence plant, die Grenzen der Mode weiter zu durchbrechen, erklärt aber, dass sie Zeit gebraucht hat, um sich dabei wohl zu fühlen.